Mein Name ist Hadi Hassan Sada. Ich mache Paro-Tekwondo. Ich starte bei dem Refugee-Paro-Lamping-Team. Das Training war sehr gut. Wir haben ein sehr freundliches und eine sehr gute Moral trainiert und sehr gut geleistet. Ich bin sehr aufgeregt in diesem Wettkampf. Für mich ist es sehr entspannend, dass der Wettkampf beginnt. Bis zum nächsten Mal.